Wenn du wirklich mit ganzem Herzen dabei bist und an etwas glaubst, auch wenn es dich verletzbar macht, können und werden großartige Dinge geschehen. Rasiere deine Achsen oder lass es bleiben. Trag flache Schuhe und am nächsten Tag High Heels. Diese Dinge sind so unbedeutend und nur an der Oberfläche dessen, worum es wirklich geht. Ich wünschte, die Menschen würden das verstehen. Sich schön zu fühlen hat nichts damit zu tun, wie man aussieht. Versprochen. Es ist schrecklich, wenn das eigene Selbstbewusstsein davon abhängt, was andere über einen denken. Es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Es geht darum, die Angst zu überwinden. Lass dir von niemandem sagen, was du schaffen kannst und was nicht. Tu, was du tun möchtest und sei, wer du sein möchtest. Das Traurigste, was ein Mädchen tun kann, ist, sich für einen Typen dumm zu stellen. Junge Mädchen bekommen eingetrichtert, dass sie die zarte Prinzessin sein müssen. Hermine hat ihnen gezeigt, dass sie auch Kämpferin sein können. Fühl dich nicht schlecht, weil du etwas nicht magst, das alle anderen vorgeben, zu lieben. Ich mag Bücher besonders dann, wenn sie eigene Erinnerungen in sich tragen. So wie wenn man ein altes Lied hört, können auch Bücher Erinnerungen zurückholen und einen in eine andere Zeit versetzen. WELCOME Untertitelung des ZDF, 2020